Komponente durch ein der Schwarz davon ist einfach nur lassen mich nicht wenn ich will nicht machen da liegen noch die EP die Sachen liegen noch da einfach bleibt er weg die Jungen dem Mond deswegen sind gerade aus dem Game und raus Hä? Mein Elementar ist voll Ach wegen meiner Rüstung Schnell Schnell meine Rüstung anziehen Dass ich die Sache noch aufnehmen kann Nimm auf Ja Ich hab alles Auch ein bisschen gescheitert war Ist mir scheißegal Nimm mal Nimm mal das Rüstern auf jetzt Ja egal Ich muss erst mal was wegschmeißen Nimm jetzt mein Inventar voller als vorhin So weg damit Wir müssen Action zum Schluss Geh aus dem Game und rauspielen Na wir werden wieder hochkommen Ja ich gehe einfach aus dem Game und raus und Cheetah Jetzt haben wir gefunden was wir wollten Fertig Kannst doch laufen mit dem Zwiftensgrad Okay dann geh mal auf den Weg Weg Von wegen wir haben 5 5 5 5 5 Die ist bei der Scheibe Anzeigen und das hat wohl doch nicht Keine Ahnung Scheiße ich hoffe für den Gang zurück Was machst du? Du bist ja auch oder oder wurde zu lang Wer ist auf den Gang zurück? Den Gang Aber ich hab mal 1 30er glaube ich Oder? Also go Komm es müsste schneller sein Ich glaube schon 8 Minuten Oder hast du 1 30er genommen? Ah keine Minuten Ah ok Heißt du eigentlich müsste schneller sein So beneiger Gut jetzt kann man eh nicht schneller sein Ah Ich bin schon für das Arsch Ah 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 Egal wie es ist in Sachen ist dies und es ist mir scheiße gab es Cheetah oder nicht Ja Ich bin schon für ein Spiel Ich bin nur geflogen wenn ich Ich habe mir keine Items erzielt die ich nicht hatte Das immer noch das was so wichtig ist Nein da sind wir doch Auch meine Aufmerksamkeit sind gerade bei 60 Ja meine Aufwand Ähm Ich tausche mal kurz ein bisschen was Wollen wir mal ein bisschen hier Wo bist du hingelaufen? Ich bin stehengeblieben jetzt gerade Nein ich war nur alter wo bist du hin? Ich stehe hier noch schon wieder das mal was gegessen So und hier müssen wir jetzt über den Berg halt rüber fertig Na bis zu wissen schon jetzt werden Weißwürfnis Franks auch genau hast du einen dabei? Nein Ah also muss ich so laufen Na ja gut Halt mir mal einen Weg frei So Naja habe ich mal wieder eine Monbo Aktion geliefert Aber ohne Scheiß ich habe mir noch einen von diesen Heiltränken die ich hatte reingezogen und der hat trotzdem noch weiter bekannt Ich war gerade dabei mit den Zwo Als ich das gesehen habe ich verbrenne trotzdem war ich gerade dabei mir nochmal den Zwooten Heiltränk reinzuziehen aber war dann schon zu spät Okay Okay Ja hier geht's So kann ich mal nochmal probieren Ja mach mal Das bin ich Alter ich sehe gerade nur deinen Körper Da sind wir schon wieder zu Hause Sehr schön Oh hier sind wir Fuck you Fuck you Gib doch mal Gas mein Nigger Fick dich du kannst nix genut Ja genau deine Mom Die klappt mich auch immer Die klappt mich auch immer Ja Halt mir nochmal wieder ein bisschen Action-Messplay Ha 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 Ja den du selbst verursacht hast Und von 27 Level auf 6 runter aber egal Alles komm mal her Ich zeig dir mal Okay Ein Ansatz bis jetzt Ich weiß gleich Tschüss Tschüss Ich Ich Okay Da hätte ich es drüber in deiner Mauer Ja Da steht es erstmal Da und da hätten es noch einen Ich bin so froh dass ich die Sache noch gekriegt habe Vor allem die fünf Diener O wie sieht es aus Guck mal Guck mal Guck mal Guck mal Guck mal Die Diener sind nicht dabei Nicht? Nein Fick dich Junge Ja und Sehr viel Die Herzen habe ich abbezogen Kann man da schon reingehen? Ich hab nur 8 Und hier 7 Okay Ich kann mir hier schon rein nehmen Nein was das ist wie es erwähnt ist der Maustaste Brücke nein es macht was der Kutzer schon nach oben und dann ist es Orsensein Sonnenaufgaben nun ja was war Ihnen wo man hat er gibt nur kein Schlag erlusten dann muss er nur beendet ja gut für zu verlieren haben sich nicht wieder außer die 5 die ersten sind dies vor allem ob er inhaltlich war es nicht nämlich für sich umbringen ich weiß die wirken unternehmen Komma zu sagen was meine Klappensumler kurz oben um wo sich das weiter wenn die Flügel der Welt Ah, okay, okay. Guck mal hier, nur kurz. So, jetzt hier, äh... Oh. Hahaha. Demonstrationseffekte. Der e-kompetente Alex Teil 2. Scheiße. Äh, ich gleite die Leiterseelenrück runter. Das geht, aber ich hab's zu weit übertrieben, ich bin zu weit zurückgegangen. Junge, komm, mal beides mich, ich bleib mal auf deiner Leiter stehen, bis du deine Sache angenommen hast. Junge, du bist so dumm. Ich bin nicht dumm. Komm, ich zeig's dir mal. Dumm, Alex, viel von Leiter. Ja. Das heißt, mein Level hat noch mal dezimiert, um ein Rüstung noch ein bisschen mehr Schmerz. Dann, 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 dann. Ja, ich muss erst mal eine Rüstung anziehen, dass ich alles aufnehmen könnte, doch alles im Moment. Äh... Alter. Ich kann auch mal auszahlen. Hä? Hör mal auf, man! Hör mal auf! Junge, was hast du... Wie viel hast du von Knockback, ey? Schärfe 4 und Rückstoß 2. Ja, hab ich gemerkt, dass du Rückstoß 2 hast. Naja. Das ist jetzt gleich wieder. So ein Schlag, stirbst du. Nö, jetzt nicht mehr. Ich hab grad ein instant Heilungsding mir nochmal reingezogen. Von daher. So. Und wieder acht Herzen. Okay. Die Sündsten Dinger sind echt wichtig, aber ich muss auch als nächstes Mal, wenn ich nicht heruntergehe, wo laver ist, muss ich auch immer dran denken, dass ich vielleicht Wasser einmal mitnehmen, weil der ist effektiver aus der Sprache. Ich dachte, du hast einen dabei. Mhm. Ich hab nur die... Ich war schon viel früher verreckt. Wenn ich die... Wenn ich die... Ich hab ein Heilungsdruck, hat schon reingezogen. Aber keine zwei. Oh, scherz mal zum Wichtigste. Und das erst mal die Diamanten in die Kiste. So. 5. Da haben wir jetzt 41. Läuft doch, oder? Nächste Mal geh ich nochmal ein bisschen fahren, dann haben wir die Posten sollen. Wenn du nicht, wenn du nicht nochmal stirbst. Ja, geht schon. Und danach hab ich da noch genug Redstone, um das um so eine schöne Farming-Ginger zu bauen. Ja, hab ich es in der halbe Kiste übergehalten, fast eine halbe Kiste voll zu erreichen. Brennungsmarsch und nicht deine auch. Ja. So. Das sieht man anfangen zu brennen. Die Kohle ist überall draußen. Das muss man reinmachen. Wie immer noch? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12, 24 Kisten mehr als 24. Über 30 Kisten noch einmal. Die noch nicht vergeben sind, ja. Tja. Die jetzigen Kisten sind noch nicht mehr voll. Ja, Pierre, der kleine Bob wird müde. Ich weiß auch nicht warum. Mama, ich weiß auch nicht warum. Aua. Das war kein, das war nur Faust. Das war Bitslab mit Faust. So, jetzt hab ich jetzt brauche aber noch was in Kohle. Ja. Haben wir noch Kohle? Aua. Ja. In der Kohlekiste. In der Kohlekiste. Ich dachte, du hast noch Kohle. Ja, das war ein bisschen was. Hab ich ja schon jetzt rein gesteckt, aber noch mehr hatte ich jetzt nicht. Hab ich schon mit grad ein bisschen was. So. Hab ich schon mal 8. Ich hab das jetzt mal in 16er Stacks eingeteilt, dann passt das nämlich schon. Mhm. Passt mal das Eisen anbrennen, ja. Hab ich doch schon. Und die ersten Öfen sind noch Eisen. In der ersten Reihe ist noch nur Eisen und das bisschen Gold. Ich hab's halt so oft geteilt vom Eisen her, dass das gleich auch alles fertig ist. Und nicht so lange dauert. So. Alles weg. Dann Stein. Wie viele Steine hast du gehabt? Äh, sieben oder so. Das ist schön, ja. Wir haben nämlich fast keine Ziegel mehr. So. Dann kann ich was essen. Jetzt haben wir wieder 4 Stacks. Ich muss mir mal was anderes zu essen rausnehmen. Wir haben jetzt noch 3,5 Stacks. Ich hab ein paar Brot reingelegt. Ja, ich nehme mir Fleisch. Guck mal, wir müssen Kohle zurücklegen. Mal stolz, es müssen zu viel. Naja, ein bisschen. Und so Kohle aufkommen wird auch immer geringer. Weil wir jedes Mal auch Steine mitnehmen und die Brennen, ey. Huff. So. 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 Französer und clip. So. Heinann. Wohl für ganz etwas rauskrieg Also Pörigere greyes Jahrzehntn stets. Wir hatten beide remakeigen. Aber ich выбere viel. Aber ich spreche ein bisschen weiterer. und wieder Jürgen der Mecklesen die selbst für die PSF in seiner eigenen Eiken so cool auch so starken Sorge sagt sie nicht in den hier sind die Kinder oder Leute hat er verpiss dich mehr für fünft und halb das ist es immer noch ein paar Schlecks aber auch jetzt für die Hälfte und wird mir immer einen jahre 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 hier wochen sieben grüne Wollte ein grün wurde dabei Richtig sehen los. So, dann hab ich noch zwei leere Flaschen. Komm mal, tu mal in die Reste, Tränkekiste rein. Reste, Kiste, Reste. Reste, Kiste, ich bin der Pierre. Ich lutsche meinen eigenen Penis die ganze perfekte Zeit. Das war ein kleineses Pernis. Der kleine Penis, der kleine Penis. Ich glaube, ich bin der Kostrad. Anni, ich bin der Kino-Kino. Ähm. Kiste zu einem negativen Dicken. Dicken, 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 Penis. Der Kistische Maut, jetzt erzuläten wollen. So, das ist verdient. Ich kann nur nachts schlafen. Okay, auf jeden Fall, Jero. Das war's von der Aufnahme. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.